hallo yoga freunde heute noch mal wieder ein technik video ein kurzes technik video wie du nachher in zum beispiel in einem handstand seitwärts gebeugt kommen kannst aber auch wie eine verbringung du üben kannst okay wir fangen eigentlich ganz einfach an du machst einen schritt von dem einen bein über das andere so dass das hintere bein da drunter passt das ist das erste was du quasi übst und gehst zurück und machst das ganze auf der anderen seite schiebt das knie da so weit runter wie es dir möglich ist das machst du eine zeit lang es kann sein dass du nur so tief kommst kann nur sein dass du nur so tief kommt alles nicht so wichtig wichtig ist im grunde genommen wenn überhaupt wenn es spaß macht dass du das machst dann wird das von alleine besser werden es wird die hüften verbessern öffnen und gleichzeitig nach vorne in die eindrehung von den hüften wird sich verbessern alles was eingedreht ist es gibt leute die sind ausgedreht das kennt ihr von den oftmals von den ballett leuten die die dann so ausgedreht von den hüften sind es gibt leute die sind tendenziell eher so die beide haben können das andere nicht so gut und du trainierst jetzt das eindrehen das zentrieren im kandar in deiner mitte und das machst du so lang bis dir bis sie das relativ leicht fällt dann ist der nächste schritt dass du hingehst den schritt macht und wenn du tief bist versuchst du drückst mit der einen hand versuchst den ellenbogen und versuchst dich so ein bisschen aufzudrehen von vom rücken her das ist der nächste schritt das ist der nächste schritt du kannst das so machen du kannst auf einen aufheben und ein bisschen mehr dann sind die hebeverhältnisse etwas anders und dann gehst du raus indem du nicht einfach hochkommst und dreh und einen schritt machst sondern du drehst dich auf so weit dass das andere bein da drunter passt dann wieder mit der hand mit dem ellenbogen und sich aufdrehen vom rücken her aufdrehen auch vielleicht mit dem arm und dann machst du den schritt und das ganze kannst du dann andersrum machen du gehst runter also die anderen fuß du drehst dich ein bleibst vielleicht ein bisschen bringen vielleicht aber auch den arm mal hinter den rücken bringen und über die hintere schulter schauend und dann kommt der hintere arm und du drehst wieder im kreis die füße lässt organisieren sich und gehst wieder auf der anderen seite runter den arm nach hinten und über die schulter schauend so das trainierst du genauso eine zeit lang dann kommst du hoch und machst den schritt zur seite so die nächste vorbereitung ist du gehst runter für die arme und setzt die hände auf breite die finger aus das ist wichtig weil dann gibt es ganz klar finger und nicht nur hände und du hast so eine spannung eine grundspannung zwischen daumen und dem kleinen finger und diese grundspannung hilft dir deine handgelenke zu schonen und du machst die knie so auseinander die ellenbogen nach außen und legst dich auf die arme lässt die ellenbogen nach hinten nach zur seite kommen und du versuchst im grunde genommen mit der rauigkeit der schienenbeine gegen die oberarme zu gehen so das kann so aussehen mit der zeit wird es vielleicht so aussehen dass du hier auch die kraft von den handgelenken bekommst und bitte dann der nächste schritt ist in die krähe das und dann hebst du die füße und versuchst eine zeit lang darin zu bleiben aber vielleicht gehst du auch rein und raus dieses rein und raus hat zur folge dass dein körper sich vorbereitet auf das halten das halten ist gut um disziplin zu entwickeln und in so einem willen ich kann das zu entwickeln das ist da hat das erhalten durchaus sinn aber wir lernen schneller über wiederholungen also unser muskelgedächtnis lernen schneller über wiederholungen als über statische haltung so wenn das geht das hier wenn das geht so dann machst du den nächsten schritt kommst wieder hoch und jetzt kombinieren wir diese beiden dinge indem du sagst du machst den schritt du gehst da hinein du legst die ellenbogen den einen ellenbogen nach außen den anderen und du gehst auf die arme und machst diesen schritt dass du zur seite gehst und dann zur seite zur seite und dann hebst du die füße kommt hoch drehst andere seite gleiches spiel die hände aufgesetzt du gehst in die spannung und zur seite das kann dann auch so aussehen ok viel spaß damit